Hallo, ich bin Susanne und ich war heute als Fraktionsvorsitzende an den Haustüren von vielen Menschen am Berliner Platz. Ich war bei Ihnen, weil ich mit Ihnen reden wollte und von Ihnen wissen wollte, was Ihnen auf dem Herzen liegt, wo Ihnen der Schuh drückt. Das waren vor allen Dingen die Themen, wie bekommen wir in Thüringen bessere Löhne hin, wie können wir für unsere Kinder einen besseren und vor allen Dingen einen sicheren Unterricht in Thüringen erreichen. Wie schaffen wir das, obwohl wir als Thüringer gar nicht so viel Geld haben und trotzdem gut soziale Leistungen auch wie zum Beispiel das zweite beitragsfreie Kita ja finanzieren können. Das waren alles Themen, die wir miteinander besprochen haben an der Haustür. Ich bedanke mich sehr dafür, weil das natürlich auch für uns als Politikerinnen sehr wichtig ist, im konkreten Gespräch zu sein. Und ich komme garantiert wieder, vielleicht dann mit einem Osterei und nicht mit einem Nikolaus. Und ich finde, wir müssen diese Gespräche fortführen. Vielen Dank dafür.